Am Donnerstag, dem 10.10. ist es soweit. Ich darf der Abschlussredner sein auf dem HR Summit in Wien. Das ist der bedeutendste HR-Kongress in Wien. Und Abschlussredner zu sein, ist für mich da eine besondere Auszeichnung. Und wer mich schon live gehört hat, weiß, normalerweise beende ich meine Keynote, indem ich mit der Kita, das ist ein Umhänge-Keyboard, ins Publikum gehe und ein rockiges Gitarren-Solo spiele. Das geht dieses Jahr nicht, weil ich die Kita im Flieger nicht mitnehmen kann. Deswegen habe ich einen neuen Schluss gemacht. Und ich verrate natürlich nicht alles, der geht ungefähr so. Jetzt etwas emotional. Darüber kommt meine Abschlussmoderation. Was das ist, sage ich jetzt natürlich nicht. Und vielleicht sehen wir uns am 10.10. auf der HR Summit. Ich freue mich drauf. Tschüss.